Das Bauwerk ist vollendet. Ja? Wie ihr wünscht. Ja? Wie ihr wünscht. Okay, hier das Holzen scheint auch recht gut zu klappen. Oh, die Lucien greifen doch an. Feuer in der Stadt! So, und an der Stelle speichere ich jetzt mal... Also, das Backup lösche ich mal und überschreibe ihre... Achso, ich habe wahrscheinlich... Hier oben hat sie immer noch den Namen gehabt mit dem BK, deswegen... Erfolgreich gespeichert, let's play. Bereit! Und los! Ja! Folgt mir! Ja, mit den Jungs muss ich halt aufpassen, dass ich sie nicht verliere. Ja! Folgt mir! Die einzelnen Türme hier kann ich garantiert... Sofort! ... auch mit Heroes einreißen. Auf meinen Befehl! Zur Ehre, Aonius! Hier, sofort! Zur Ehre, Aonius! Also, ja, die Türme kriege ich kurz und klein gehauen. Auf meinen Befehl! Zur Ehre, Aonius! Weitlicher Angriff! Meine heilige Pflicht! Wie ihr wünscht! Gut. Auf meinen Zeichen! Die Türme sind weg. Für die Rune! Die Rune ficht? Mein Herz ist Ruhe los! Das ist dein Ende! So, die Sackschnecke haben wir auch. Mir nach! Was ich mich gerade frage, ist, wo der dritte Altar jetzt ist. Der wird dann wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Ich hab hier ein Altar. Gut. Was gibt es? Das Tor ist geschlossen. Könnt ihr es einreißen? Nein, aber wir kennen den Weg, wie es zu öffnen ist. Diese Imperialen sind rechtes Stimper, was Schlösser betrifft. Na, flupp. Stäberisch! Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl! So sei es. Auf der Stelle. Zu euren Diensten! Und los! Oh, ich hab mich da gerade vergessen. Und los! Und los! Ja, irgendwie hätte ich gern noch die hundert Nahrung zusammen. Hier, mir nach! Mir nach! Und los! Und los! Weil doch scheinen die Dunkelelfen keine Anstalten zu machen. Weil sie geben noch nicht gemerkt, weil die Finsterwehr halt noch nicht down ist. Hier, sofort! Meine heilige Pflicht! Das Bauwerk ist vollendet! So sei es! So, ich hoffe, wir finden da nachher noch einen Weg durch. Auf mein Kommando! Schnell! Hier, sofort! Mir nach! Und ja, das ist ein großer Haufen. Und los! Ein pervialer Truppen. Mit Hexentürmen und allem, was dazugehört. Hier, mir nach! Und los! Aber ja, ich denke mal, das ist dann eine gute Verteidigung. Der Greif wartet schon. Der Greif wartet schon. Sind bereits in der Luft. Das Bauwerk ist vollendet. Schon unterwegs. Also, ja gut, nehmen wir uns noch die Zeit, die 100 Nahrung zusammen zu kratzen. Und hier, wenn ich das hier abone. Ich glaube, wir entdecken. Ich bin justet. Aber noch ein paar Worte. Ich bin justet. Ach, wenn wir hier mit den Fischern die Nahrung reinkriegen, ist es ja sogar noch besser. Oh, einer der Holzfäller ist aktiver geworden und fährt jetzt da drüben. Das heißt, wir können schon mal das Haupthaus, was sie hier haben, einreisen. Ja, ist toll, wie er eigentlich halb im Boden steht und das halbe Nahrungsmittel-Lager auch im Boden eher hängt. Die Rune ruft. Auf der Stelle. Zur Stelle. Zum Ruhme Ahrens. Okay, wir haben die Nahrung. Wir haben maximale Bevölkerung. Vorwärts. Das heißt, jetzt geht's ab. Passt auf, sie haben euer Vorhand. Feindlicher Angriff! Sie greifen an! Wir werden angegriffen. Schließt die Reihen! Steht mir bei! Verstärkt die Deckung! Stand halten, Männer! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Halte durch, Männer! So, ihr könnt jetzt wieder nach Hause gehen. Folgt mir! Sofort! Und los! Ihr zieht auch erst mal ab, weil da kommt eine Armee. Wer wollen wir mit unserer Armee begegnen? So sei es! So sei es! Ich weiß es, was du spät ist. Dörst du siehst. Aber der прив Also nicht nur eine Armee kommt, da sehe ich nämlich nur auch, dass sich die Urocks in Bewegung gesetzt haben. Unsere Stadt wird angegriffen. Wir sich hier die Urocks in Bewegung setzen, okay? Befehlt. Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht, sie sind hier! Bleibt standhaft! Okay, der Urock-Angriff sieht etwas größer und böser aus bis jetzt. Zur Stelle, das ist nicht weit! Zur Stelle, es ist mir eine Ehre! Ihr repariert noch das Gebäude, äh, den Turm mal. Dann könnt ihr ja noch zwei oder drei Ruhm ziehen. Es ist mir eine Ehre. Die Rune ruft. Meine heilige Pflicht. Äh. Auf mein Kommando. Kämpft Medda! Haltet durch, Medda! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Okay, ich glaube, die wollen zu meinem Hero-Monument. Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Ach, ich würde gerne manchmal kommen. onia! Wie weil's auch besonders looksal Serien? Ich Entrepreneur über das Jahrhundert, Was erwähnt ihr nachdem Spotify wieühren? Sie waren genau hierher. Deine Frau.